hallo und herzlich willkommen zu news und neues hier auch dubi raptor unser podcast talk news neues so zeug mit irgendwelchen bildern im hintergrund zusammen etwas geil hallo wer das format nicht kennt wir erzählen so ein paar sachen die so auf dem kanal gerade stattfinden oder in zukunft stattfinden werden einfach mit ihr auf dem laufenden bleibt und falls ihr euch für das zeug was im background von seinem kanal so ein bisschen so passiert dafür interessiert dann ist es gern zu empfehlen ob du auch wisst was in zukunft auf euch zukommt ich sehe gerade in die müssen unbedingt mal die clips hier erneuern das wird ja bis zur nächsten news und neues auch mal erfolgen die die stars zu diesen aufnahmen die sind echt alt also das sind sehr sehr viele alte aufnahmen das die aufnahmen sind alle ein jahr alt die da drin sind also minimum war minimum aber gut das soll nicht der inhalt des videos sein heute wir haben ein paar sachen anstehen wenn ich so ein bisschen auskennt der weiß dass nächsten monat im juni der pride month gefeiert wird das ist so eine aktion die geht einen ganzen monat lang juni halt eben lang und dort machen leute der lgbtqia plus szene auf ihre lage darauf aufmerksam und fordern sachen wie gleichberechtigung insgesamt einfachere rechte ihnen gegenüber weil es in vielen stellen arten noch zur diskriminierung von diesen menschen kommt oder so fort und auch versuchen diese menschen andere leute darauf aufmerksam zu machen aufzuklären was das ganze überhaupt bedeutet und an das ganze möchten wir uns unserem kanal anschließen problem bei der ganzen sache ist nur thematisch passt das zum rest des kanals eigentlich gar nicht und da haben wir so eine kompromisslösung gefunden und zwar für die sich noch daran erinnern wir hatten mal ein zweitkanal den wir mal aktiv geführt haben aber das war nicht lohnenswert genug da die videos noch getrennt zu veröffentlichen auf unserem hauptkanal deshalb mittlerweile alle videos auf unserem hauptkanal kommen auf diesem zweitkanal werden wir jeden sonntag im juni insgesamt vier videos veröffentlichen in denen wir so ein bisschen über das thema aufklären und die werden wir hier auch auf unserem hauptkanal verlinken aber wir wollen jetzt auch nicht zu stark präsent machen weil einfach die präsenz auf diesem bei diesem kanal einfach auf den simulations und let's play videos liegt und es ein bisschen sehr seltsam aussehen würde wenn er plötzlich noch irgendwelche lgbtq ii plus aufklärungs videos rum schwirren würden deswegen gibt es eine playlist die könnte dann gerne aus checken ich weiß gar nicht ob die vielleicht sogar schon existiert auch wenn die videos noch nicht veröffentlicht sind oder ihr wisst noch wie auf unseren zweitkanal kommt aber nach tobi raptor extra in der youtube suchleiste suchen zum beispiel da sollte dann auch im juni dann hinkommen die videos sich anschauen können oder klickt dann einfach auf die playlist aber nur damit ihr bescheid willst dass wir da auch was machen und wenn ihr meint dass ihr euch damit mal ein bisschen beschäftigen wollt dann könnt ihr da gerne auch reinschauen kommen wir zum nächsten thema und zwar sind da demnächst wieder sommerferien und wir haben wir die letzten zwei jahre machen wir es so dass wir nicht in den sommer fällen so viel alles produzieren produzieren wie halt sonst immer sondern wir suchen uns 11 oder zwei projekte aus beziehungsweise im ersten jahr haben wir sogar jeden tag immer noch upload gemacht oder alle zwei tage zu viel auf jeden fall und ja dass das wollen wir halt ein bisschen vermeiden dass wir in den sommerferien dann genau so wie sie tun haben oder dass wir halt vor den sommerferien noch und stress machen das muss noch gemacht werden das muss noch gemacht werden das muss noch gemacht werden und wir haben noch zehn videos die wir aufnehmen also hätten wirklich eine strichliste ja da haben zwölf da noch zehn folgen und danach fünf erfolgen die strichliste naja dieses jahr noch was anderes dieses jahr kommt ein projekt pro woche das heißt zwar weniger videos für euch sozusagen ich wollte manchmal angewöhnt weniger füllwörter zu benutzen und ja dadurch haben wir halt ein bisschen mehr pause können sommer ein bisschen genießen und jetzt machen wir das erst mal und so was halt nur und genau dieses projekt das wird die notruf 1 2 teil 2 das dlc freiwillige feuerwehr sein das wurde jetzt schon eine weile angekündigt und vor einer woche glaube ich wurde auch angekündigt dass es demnächst fertig sein wird und nicht halt jetzt in tagen sondern halt in den nächsten wochen das passt uns ganz gut da können wir das dann im sommer bringen und das wird dann jede woche eine folge rauskommen und mal schauen wir haben auch noch was was in der hinterhand was wir jetzt mal ausprobieren werden auch im multiplayer beziehungsweise nicht diesmal sogar nicht zusammen sondern mal gegeneinander da kann auch so sein dass auch hannah mit dazu kommt ich weiß nicht wer sie kennt noch aus star citizen ist ja heute mal dabei das schauen wir uns mal an und mal gucken ob das noch kommt das wissen wir jetzt noch nicht zu 100 prozent aber für alle leute die nicht in sachsen wohnen wir wurden in sachsen deswegen beziehen uns ganz auf die sechserischen sommerferien wir sind vom 18 juli bis zum 2346 bis zum 28 august in dem zeitraum werden wir dann da nur ein video pro woche bringen aber wir brauchen auch unsere ferien und deswegen und meine erholung im sommer deswegen produzieren wir da nichts sondern produziert er verdienen nur ins notruf videos vor und da kommen jetzt auch keinen riesigen batzen im videos vor produzieren das schafft man zeitlich einfach nicht mehr genau der unterschied von der freiwilligen feuer wenn man mit diesem gratis dlc ist wo die auch von anfang an gesagt dass es halt gratis sein wird das wird nichts kosten also es wird eigentlich direkt implementiert sondern es ist schon noch ein dlc das hat so ein paar unterschiede zum beispiel dass du ein fortschritt hast dass du verschiedene lehrgänge besuchen muss bevor du halt bestimmte einsätze freischalten kannst und du hast ja auch unter anderem kein technical view es ist halt ein bisschen der freiwilligen feuerwehr und ja freiwillige feuer das habe ich jetzt vorausgesetzt dass man das aus dem namen ableitet ja das wird auf jeden fall interessant und und du hast nur ein single player stattfindet genau das habe ich noch vergessen stimmt weil der multiplayer da kommt erstmal nicht raus weil die entwickler haben auch schon gesagt beziehungsweise der multiplayer kommt allgemein nicht raus der kommt nicht nur nicht auf unserem kanal raus da der multiplayer im grundspiel schon also ohne dass die lc noch nicht so hundertprozentig funktioniert das haben wir ja auch schon mit gesehen zum teil es ist schon wieder ein bisschen her wir hatten ja meine zweite staffel glaube ich angefangen ist die mittlerweile auf zwei folgen lang war die gesagt haben bringt nichts es gibt keine neuen einsätze wir wiederholen es einfach nur dass wir sind erst eine staffel gemacht genau und sich nicht mittlerweile gibt es ja wieder ein bisschen content allerdings haben sie halt als auch größtenteils an der freiwilligen feuerwehr gearbeitet und dadurch was gibt es noch so für zukünftige projekte nach den sommerfern dann auch genau weil wir können ja nicht uns nicht immer auf unseren projekten jetzt ausruhen zum beispiel matrunner ist ein projekt das auch bald zu ende nächste woche diesen samstag diesen mittwoch kam eine folge nächsten und auch eine folge und danach haben wir noch eine einzige map die wir spielen können das vielleicht auch noch mal zwei oder drei folgen und das auch ende mit matrunner dann soll auch schon notruf 2 freiwillige feuerwehr beginnen also auch schon so vor den sommerferien kann wird das wahrscheinlich beginnen und dann auch schon einmal die woche kommen für den fall dass es zu dem zeitpunkt schon rausgekommen ist das natürlich auch in den entwickler halten können ja nicht eher spielen als es rausgekommen ist schlimmstenfalls machen wenn halt immer noch nichts da ist warum bauen wir noch mal ein zwei folgen notruf 1 und 2 multiplayer ein oder irgendwie sowas wir überlegen ist ja schon irgendwas tolles genau und dann nach den sommerferien muss ja auch noch mit irgendwas weitergehen und wenn ich so ein bisschen in der spielwürze auskennt der weiß dass neue spiele vor allem im winter und im frühling rauskommen und dass dann die zeit sommer herbst sommer die ist wo man so als creator immer so da steht und so ist so was für ein projekt wollen wir jetzt eigentlich zeigen das hatten wir die letzten beiden herbst da hatten wir das auch immer das einfach da sind waren so was wollen wir noch zeigen wir hatten das schon hatten so einen richtig geilen kanal trailer der herbst oktober das war im ersten ersten erstes jahr das war nur um cycling projekte oder irgendwelche alten spiele ja ja und soll es ja auch sein wenn es auch dann spiele bringen die schon raus sind und was ich schon mal sagen kann eines der projekte die dann kommen wird wird zu sie 3 sein das hatte ich ja in train server 2 da schon angekündigt dass ich im sommer dann zu meinem geburtstag zu sie 3 bekomme habe ich dann über die sommerferien ein bisschen ein spiel in die ganzen spielmechaniken und ich bin zuversichtlich dass wir dann da einige schöne folgen in dem let's play machen können was das andere projekt sein wird was dann parallel dazu läuft das wissen wir noch nicht weil lüdenscheid wird es auch nicht mehr ewig weiterführen das wir haben wir haben erst ein paar folgen lüdenscheid jetzt hört man nicht auf das Ende anzukündigen es wird bis zu den sommerferien noch gehen vielleicht bringen wir auch in den sommerferien noch folgen keine ahnung weiß keiner ist aktuell nicht geplant aber könnte ja sein wir beide noch das bedürfnis haben weiter sachen zu zeigen aber dann im herbst wird es auch ausgespielt sein das spiel ja also ich meine die lüdenscheid modifikation die bietet ja noch einiges ich meine du kannst ja auch die ganzen einsätze noch einzeln sporen und ja ja da werden wir das wird noch eine weile laufen ja aber perspektivisch wird es auch ein ende mal geben ich habe alles hat ein ende außer die bursa 2 na klar das ist das einzig wichtige was man sich merken solltet ausnahme ja ansonsten weiter ein projekt mit dem wir noch nicht eingeplant haben wann die kommen wäre zum beispiel the bus da habe ich schon vor einem anderthalb jahren darüber geredet dass ich es bringen möchte gekommen ist bisher noch immer nicht das spiel das werde ich mir auch irgendwann mal demnächst bald irgendwann holen und aktuell ist ja so und man kann da einfach nur im freeplay fahren oder auch nach fahrplan fahren aber da hat man jetzt so eine mal schon eine gute handvoll busse zur auswahl hat jetzt auch die linie txl 200 und jetzt in paar tagen oder wochen auch die linie 100 raus es hat schon mal drei linien die man befahren kann aber ich sag mal so ich habe dann jetzt 34 bus modelle im großen ganzen dann noch mit variation gelenk bus kurz kurzer bus und dann noch drei linien das reicht jetzt nicht für selbst bei das wäre 34 folgen da muss ich wieder aufhören und wenn etwas rauskommt kann ich wieder was bringen deswegen warte ich damit was noch ab und wenn dann alle linien rausgekommen sind und dann auch das features mit ein eigenes busunternehmen sich in berlin gründen kann und dann selber busse kaufen und fahrer einstellen kann und sowas kampagnen modus dass da richtig vorgestellt hast wenn das dann draußen ist dann werde ich mit dem let's play beginnen und dann werde ich auch alle folgen zeigen mit den ganzen bus und den ganzen linien und dann gibt es noch so viel anderes gameplay hat eben mit den fahrern und bussen kaufen und sowas hat eben deswegen da wird sich schon einiges machen lassen aber bis das kommt keine ahnung und was ich auch noch mal geplant habe war dass ich noch mal in trams im rein schnuppere klar wenn immer irgendein neuer trams im teil kommen in der neuen stadt das ist natürlich blicken lassen haben die sind ja sehr verschwiegen ist zum beispiel dass die nächste map in der schweiz stattfinden wird meine andere frage wollte ich unbedingt auch so tutorial machen dazu tsp2 ja die sind auch in der arbeit ok die scripts stehen für tsp2 tutorials ach stimmt da muss man die ganzen grafiken und sowas machen richtig muss die ganzen grafiken und schnitt das ist halt alles ein bisschen komplexer da ja wie auch immer aber tramsen wollte ich auch noch mal rein schnuppern insbesondere nach wien weil da gibt es ja noch so zwei dlc ist das jetzt drei dlc ist mittlerweile sogar den den e1 dann den ulf und den betriebsbahnhof der betriebsbahnhof freit ziemlich noch ein bisschen und wenn ich mir den hole dann werden vielleicht auch noch mal drei vier folgen irgendwie raus kommen muss man auch mal schauen aber ob ich das wirklich mache und wann es kommt keine ahnung und was noch von meiner seite mal kommen könnte wäre da ist es vier program also wir haben halt noch so ein bisschen was in der hinterhand der diskutieren wird immer auch immer drüber okay was könnte man jetzt noch bringen so und da ist es vier program ich werde es nicht kennt du bist halt ein roboter der eine dyson sphere bauen soll also eine dyson sphäre das ist ein riesiges konstrukt um viel energie zu erzeugen das ist das ziel du kannst ja von planet zu planet fliegen dort riesige fabriken bauen ähnlich wie faktorio nur noch größer also man hatte man hat ja so ein bisschen die die skala du hast satisfactory das ist ego da gehst du jetzt ein bisschen rum dann hast du faktorio und hast du da ist es für program aber halt nur meine riesigen größeren skala genau aber ja haben wir noch irgendwas zu sagen also noch kurz dass es über diese projekte wird es gerade diese vier projekte fünf projekte noch so ein paar andere sachen gibt die wir diskutieren aber die sind eben sehr abwegig oder wurden wieder weggestrichen und beispielsweise zum beispiel straßenmeister reisen hat das auch so ein spiel was mich reizt und da hatte ich auch schon so eine tolle idee weil wer das spiel sich schon mal bei einer kanäle angesehen hat zum beispiel da gibt es ja den chef der über die aufträge erfüllt und steffen um welche riesigen dialoge da dass man die zum beispiel so vertonen könnte so ein bisschen roleplay mäßig mit keine ahnung dass ich irgendjemanden suche der mir sachen vertont das hat ja bei tsb 2 auch schon geklappt mit den ganzen ansagen zum beispiel in den zügen also jemand suche der das ganze vertonen was dann so ein bisschen roleplay einspielen könnte mit dass ich irgendwie so ein chef habe der mich der mich nicht fair bezahlt oder und unterdrückt oder irgendwie sowas also irgendwie solche witzigen dinge bis ich mir auf steam bei dem preis angesehen habe und dann dachte ja okay 25 euro das ist mir das spiel nicht wert also wenn es mal für 10 euro im sale ist dann schnappe ich es mir aber nicht für 25 euro das sind so sachen die sind halt einfach sehr diskutabel wo ich nicht mal weiß ob ich das spiel jemals holen werde oder ob sich für ein projekt eignet oder zum beispiel deinerseits war das ja auch zum beispiel hier dieser tankstellen simulator gas station simulator ja genau gas station simulator war schon überlegt haben können wir das bringen vielleicht keine ahnung also das steht in den stern und man muss halt immer mal ernsthaft in anbetracht ziehen man muss halt immer gucken bei manchen spielen eignet sich das wirklich für ein let's play ist das ansehenswert ich meine du hast manche spiele also gas station simulator ist ein ganz gutes beispiel das kannst du sehr gut zum entspannen irgendwie mal spielen aber als let's play weiß ich nicht es ist halt viel gleiche arbeit zum teil an ob es zum kanal passt also zum beispiel ich glaube das berühmteste gestern wird der let's play was es ja gibt es gab es bei paluten aber das hat auch damit zu tun einfach wie er die art hat seine videos zu gestalten diesen schnellen cuts und dass er das ganze nicht so ganz ernst nimmt und dann sachen experimentiert und so auch und das ist halt und die simulatoren teilweise an die grenzen so bringt das ist auch ganz schön aber so etwas ja steckt im kanal sei bei unserem mit weniger cuts ob das da prakt reinpasst ist hat auch die frage genau also gerade bei dem stil da habt das das merkt man nicht wenn man das spiel nicht spielt du du weißt gar nicht wie viel arbeit wird zum teil reinstehen wie viel zeit die allein dafür gebraucht haben um dieses let's play zu drehen einfach nur vorzuspielen und alles ich weiß nicht ob es richtig weil wenn man jetzt gleich machen müssen wir auch vorspielen weil niemand will zwei folgen wo tobi durch in der kasse sitzt und einfach nur artikel verkauft oder leuten einfach die ganze zeit nur den tank voll füllt genauso wie ich ein gros trash ja auch mal vorspiele weil ich euch nicht fünf folgen zeigen möchte wo ich auch mit dem bagger dann nur gold schaufle und fertig weil ihr wollt ja was sehen und nicht einfach nur jede folge durch das gleiche mache sorry übrigens gerade dafür dass ihr gerade irgendwie in den beginn von einem trailer gehört hat eine halbe sekunde lang ich bin gerade bis auf steam unterwegs klicken auf dem pc ich habe ich habe die desktop auto jetzt ausgeschaltet also sollte nicht normal passieren junge 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 na gut aber ich glaube das war es dann auch erst mal von unserem kurzen talk hier hier sind auch wieder auf dem aktuellen stand aus unseren kanalen unsere ideen angeht und dann vielleicht ein paar monaten gibt es dann das nächste news und neues je nachdem wenn wir die meinung haben dass wir euch was zu berichten haben genau also sammelt sich hat immer so ein bisschen was an und wenn sie genug ist dann wird das verpackt und so hier an euch weitergegeben na gut ich wünsche noch einen wunderschönen tag und tschüss bis